Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Das gestern erschienene Halloween Event mit dem Modus Fight or Fright gibt Anlass dazu, mal wieder ein Tipps und Tricks Video von mir rauszuhauen. Ich möchte euch meine besten Tipps nahelegen, um im Fight or Fright Event erfolgreich zu bestehen als Legende. Warum betone ich das? Es gibt zwei Arten zu gewinnen, einmal als Legende und einmal als Schatten. Ihr werdet ein Schatten, wenn ihr abgeschossen wurdet. Da ist es relativ simpel zu gewinnen, aber als Legende ist es ultra, ultra schwer überhaupt zu gewinnen. Wenn nicht sogar bis jetzt der schwerste Modus überhaupt einen Win zu holen und das Evakuierungsschiff zum Schluss zu erreichen. Meine besten Tipps möchte ich euch jetzt ans Herz legen. Und nebenbei erzähle ich auch noch ein bisschen was zu dem Event. Wer die Einzelheiten dazu noch nicht kennt, wie der ganze Modus funktioniert, erkläre ich euch mittendrin. Viel Spaß! Bevor ich euch gleich anhand einiger Live-Aufnahmen von mir ein paar Tipps gebe, den wichtigsten Tipp voraus, bevor das Match überhaupt begonnen hat. Die richtige Legende. In diesem Modus ist das Wichtigste, schnell unterwegs zu sein. Ihr müsst relativ flink sein, um den Schatten zu entkommen, weil die mega, mega schnell unterwegs sind. Deswegen würde ich zum Pathfinder tendieren. Denn mit dem könnt ihr euch sehr, sehr schnell von A nach B bewegen. Mit der Zip-Line oder mit dem Grappling-Hook, der sich relativ schnell auflädt. Ihr werdet früher oder später, und ich denke eher früher als später in die Situation kommen, dann nützt es euch nichts, wenn ihr die perfekte Waffe, einen Rucksack voller Munition und Heilung habt. Von mir aus ein goldenes Buddyschild. Das nützt euch alles nichts, wenn ihr keine Zeit habt nachzuladen oder euch zu heilen, weil euch gleich mal vier, fünf solcher Schatten-Zombies auf einmal jagen. Die Zombies vertragen zwar nur 40 Schaden, sind dann tot. Aber wenn ganz viele auf einmal auf euch zurennen, könnt ihr irgendwann nicht mehr nachladen. Früher oder später trifft euch so ein Zombie. Ihr könnt nicht mal mehr euch heilen, weil ihr zu langsam seid. Deswegen nehmt den Pathfinder. Mit dem seid ihr so schnell. Als Ausweich-Legende, wenn ihr mit dem Pathfinder nicht umgehen könnt, nehmt den Octane. Der kann sich für sechs Sekunden schneller fortbewegen, wenn ihr euch die Spritze reinhaut. Die Spritze ist nach ein paar Sekunden schon wieder verfügbar. Und mit dem Jumppad könnt ihr euch von A nach B katapultieren, um aus einer brenzligen Situation rauszukommen. Ich möchte natürlich nicht abstreiten, dass es mit den anderen Legenden nicht auch funktioniert. Aber Pathfinder und Octane sind die beste Alternative. Für den Endkampf gibt es den Gibraltar. Der Gibraltar, man muss aber natürlich erstmal zum Endkampf kommen. Aber es gibt zum Schluss ein mega Vorzug, wenn man den Gibraltar spielt. Dazu aber später mehr, denn ich zeige euch jetzt anhand ein paar Live-Bildern. Gleich noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Als nächstes, bevor ich euch das zeige, die richtige Waffe. Ich tendiere zu einer Waffe mit einem großen Magazin schon von Grund auf. Deswegen würde ich zur Spitfire tendieren. Und vor allem zu einer vollautomatischen Waffe. Es ist zwar geil, wenn ihr mit irgendwelchen Waffen gut umgehen könnt, wie die Wingman oder der Longbow als Einzelschusswaffe. Aber in diesem Modus, so schnell wie die Zombies sind, ist jeder Fehlschuss tödlich. Weil die Zombies sehr schnell sich bewegen, sehr schnell ausweichen können, hochspringen, weitspringen und so weiter. Deswegen, wenn ihr die Longbow zum Beispiel in der Hand habt und ihr macht einen Fehlschuss, kann das schon euer Tod sein. Deswegen die Spitfire von Grund auf hat schon ein Magazin von 35. Findet ihr noch ein paar bessere Magazine. Könnt ihr maximal 55 Schuss mitnehmen. Zwei bis maximal drei Kugeln, dann ist so ein Zombie tot. Deswegen die Spitfire mitnehmen oder irgendeine andere vollautomatische Waffe, die auch mal einen Fehlschuss verzeiht, weil gleich mehrere Kugeln relativ zeitig aus der Waffe raushauen. So, das war es erstmal zum Grundlegenden. Jetzt zeige ich euch ein paar Live-Bilder und möchte da mal zeigen, was von Anfang an am Start schon sehr wichtig ist. Wir befinden uns jetzt hier in meiner allerersten Fight-off-Ride-Runde. Ihr seid im Jump Ship. Ich pausiere jetzt hier, um euch mal ein bisschen genauer zu sagen, was extrem wichtig schon vor Absprung ist. Geht auf die Karte, schaut, wo ist die Zone, denn die könnt ihr in diesem Solo-Modus auch vorher schon einsehen. Und ich rate jedem, landet nicht zu weit weg von diesem Ring. Ich würde euch zum Beispiel nicht raten, hier oben in Slums oder in Artillerie zu landen. Das ist zwar theoretisch machbar, es geht auch nicht darum, um die Zone, die euch irgendwann einholt, dass die zu viel Schaden macht, sondern in diesem Modus ist das Besondere. Ihr seid 35 Leute auf dieser Karte. Sobald nur noch 10 Legenden übrig sind, und das kann manchmal schneller gehen, als ihr gucken könnt, beginnt ein Countdown von 2 Minuten. In diesen 2 Minuten erscheint dann hier mitten in der Zone ein Evakuierungsschiff. Ihr habt quasi 2 Minuten Zeit, bis zu diesem Evakuierungsschiff zu kommen, sobald nur noch 10 Legenden übrig sind. Und da beginnt das Problem, wenn ihr noch irgendwo hier in der Grube zum Beispiel unterwegs seid, ist es in 2 Minuten fast nicht machbar, bis in die Mitte dieser Karte zu kommen. Noch dazu kommt es ja, dass ihr gejagt werdet. Das Ding ist nämlich, dass die Zombies euch wie der Bloodhound rot von der Ferne schon sichten können und können euch jagen. Als nächstes ist die Besonderheit, wenn die 2 Minuten um sind, habt ihr noch 30 Sekunden Zeit, das Schiff endgültig zu erreichen. Danach fliegt es weg. Und das musste ich schmerzlich in meiner allerersten Runde feststellen, denn da hätte ich fast gewonnen, war noch ein paar Meter vom Jumpship weg, beziehungsweise vom Evakuierungsschiff. Deswegen landet nicht zu weit weg. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Ich würde aber auch nicht dazu raten, mitten in dieser Zone, also von mir aus so mittig wie möglich von dieser Zone zu landen. Denn Campen wird in dieser Zone extrem schwierig sein. Wenn ihr irgendwann mal das Schiff erreicht oder in der Nähe seid, seht ihr, dass ganz viele Zombies dieses Schiff bewachen und es nahezu unmöglich ist, mittig zu campen, ohne dass die Zombies euch mitbekommen. Deswegen würde ich euch eher raten, irgendwo relativ nah am äußeren Ring dieser Zone zu landen, euch perfekt auszurüsten, so perfekt wie möglich und dann euch langsam, aber sicher in die Zone zu kämpfen. Ich möchte euch jetzt gleich mal hier anhand einiger Bilder noch zeigen, auf was ich am Anfang hinaus wollte. Perfekte Ausrüstung, viel Munition und Heilung, aber wie stressig es sein kann, wenn ihr zu langsam seid. Ich entschuldige mich schon mal für die schlechte Qualität. Leider habe ich hier nur in 720p streamen können. Und jetzt geht es nämlich hier an der Stelle schon los. Ich habe eine Proler mit zwar nicht sehr viel Munition, aber dafür eine R99 und ihr habt jetzt hier gerade gesehen, wie weit, ich war ja noch dumm und unerfahren, sage ich jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt hier auf die Karte, Moment. Und ihr seht, wo ich bin und ich muss bis hier hin. Ich habe das zwar geschafft, weil aber auch die Top 10 noch nicht erreicht wurde, aber es ist wirklich nicht ratsam, so weit weg zu landen. Und jetzt schaut einfach mal so ein bisschen, wie wichtig es sein kann, mit dem Pathfinder unterwegs zu sein. A, einfach mit dem Grappling Hook viele, viele Meter. Und es geht jetzt so langsam los, dass ich hier, hier kommen zwei, erster weg. Dann kommt hier der Nächste. Da kannst du froh sein, wenn du schnell nachladen kannst. Deswegen ist natürlich auch, wenn man nicht gerade die Spitfire nimmt, eine leichte Waffe lädt deutlich schneller nach. Aber auch das kann irgendwann zu langsam sein. Und da kommt schon der Nächste. Also, heilen wäre jetzt hier fast unmöglich gewesen. Nur das mal am Rande. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ihr seht, alles klar, Top 10 erreicht. Das gefällt mir gar nicht. So, hier mache ich kurz Pause. Denn, ganz wichtig, sobald dieser Punkt erreicht ist, den könnt ihr ja quasi gar nicht übersehen, ist das Wichtigste. Sucht euch sofort Kameraden. Denn in den Top 10 verbindet ihr euch mit den restlichen Legenden. Ihr könnt euch nicht mehr gegenseitig abknallen. Und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Ihr seht jetzt hier durch die Wände, durch die Erde, durch, wo die ganzen Legenden sind. Ihr seht sogar hier oben auf der Minimap ein paar Dreiecke, also die ganzen Dreiecke, die ganzen Legenden, wie weit die weg sind. Und ihr seht auch hier 118 Sekunden. Danach müsst ihr schleunigst in der Mitte der Zone sein. Also, ganz wichtig, sucht euch Legenden. Unterstützt euch gegenseitig. Ihr könnt euch gegenseitig heilen, wenn das denn möglich ist, was ich aber bezweifle. Aber wenn 3, 4, 5, 6, 7 Zombies und mehr auf euch zukommen, ist es besser zu zweit, als zu dritt zu sein. Also, vielleicht vorab, wenn ihr seht, es sind nur noch 12 Legenden übrig. Schon mal ein bisschen hören, wo sind die nächsten Schüsse. Da könnt ihr schon mal langsam in die Richtung laufen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr dann eine verbündete Legende nachher in den Top 10. Also, sucht euch unbedingt Unterstützung. Was noch auch sehr wichtig zu erwähnen ist, auch wenn ich Campen nicht so schön finde, aber es ist in der Theorie auch möglich, einen campenden Zombie zu hören. Ich hatte die Szene gestern, ich habe sie jetzt hier nicht parat. Ihr hört, ich war in einem Haus unterwegs, und ich habe gehört, wie ein Zombie in der Nähe war. Der hat sich nicht bewegt, ihr hört es aber. Und wenn die laufen, wenn die rennen oder wenn die vom Himmel runterspringen, also oder runterfallen, dann sind die sehr, sehr gut zu hören. Also, die sind quasi nicht zu überhören. Also, ein vernünftiges Headset, vernünftiger Sound ist auch das A und O in diesem Modus. Okay, hier seht ihr, es sind nur noch 3 Sekunden, bis das Evakuierungsschiff landet. Und ihr kriegt doch immer nochmal eine Warnung, dass ihr euch beeilen solltet, dass es gleich da ist. Und jetzt kommt das Signal, Achtung, noch 30 Sekunden, bis es wieder abhaut. Das ist was, was ich übersehen habe, weil ich eigentlich mega in Trouble war, weil die Runde lief echt gut. Ich war schon bei 8 Kills. Und hier seht ihr im Hintergrund schon das Schiff, was ich an dieser Situation zum Beispiel nicht weiß. Meine Zip-Line war leider nicht voll, weil ich sie gerade benutzt hatte. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, eine Zip-Line auf das Schiff zu machen. Das kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr auf jeden Fall in dieser Situation angekommen seid und ihr spielt, wie ich anfangs gesagt habe, vielleicht den Gibraltar. Ist jetzt die Zeit für den Gibraltar, dass ihr eure Ulti bis zum Schluss aufgehoben habt. Ich hoffe, es ist jetzt hier zu erkennen, denn das Schiff haut jetzt ab. Gleich steht hier Game Over, Spiel vorbei. Leider, ich war völlig erschrocken, normalerweise, ich gehe nochmal ein Stück zurück, tummeln sich jetzt hier um dieses Schiff 10, 15, 20 Zombies. Also, wenn ihr einen Gibraltar habt, haut euren Ulti da rein und sobald er eingeschlagen ist, solltet ihr theoretisch, wenn die nicht schnell genug aus diesem Radius raus sind, die meisten töten. Wenn ihr Gibraltar nicht dabei habt, Granaten, Arkstars. Die Zombies können zwar relativ schnell ausweichen, aber ihr trefft garantiert einige. Also auch nicht verkehrt, Granaten dabei zu haben. Und ansonsten soll es das mit den Tipps gewesen sein. Da kann man eigentlich nur sagen, wenn er es bis dahin geschafft hat, Ruhe bewahren. Auch wenn der Counter schon kurz vor Null ist, wenn ihr rein pusht, das geht schief, kann ich euch versprechen, wenn ihr nicht rumballert und schaut, was eure Verbündeten machen. Mehr Tipps und Tricks Videos auf meinem Kanal findet ihr in meiner Playliste. Die verlinke ich euch hier mal, wenn ihr da Interesse dran habt. Zum Beispiel 12 Fehler, die vielleicht immer noch bei euch zu finden sind, die euch daran hindern, einen Sieg zu holen. Das ist nur ein Beispiel einer meiner Tipps und Tricks Videos. Das war es von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen paar Tricks und diesen Tipps weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen und ein Abo da lasst. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream. Die Tage macht's gut. Ciao.